Herzlich willkommen bei Intersport Klotz. Mein Name ist Robert Klotz. Wir sind Ihr Partner für Skiausrüstung. Und unsere Spezialität ist das Anpassen von Skischuhen. Wir sind Ihr Bootfitter. Und wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen jetzt. Servus. Grüß dich. Alles gut? So weit, so gut. Ein paar Skischuhe, oder? Sehr gerne. Dann take a seat. Die Basis für eine vernünftige Skischuhenberatung ist die Fußanalyse. Durch den 3D-Scanner erstellen wir ein dreidimensionales Bild vom Fuß und sehen so genau die Dimensionen, die Höhe, die Länge, die Breite an verschiedenen Stellen und haben dadurch die Möglichkeit, den genau zu diesem Fuß passenden Skischu rauszusuchen. Nun erkennen wir in der virtuellen Anprobe die Druckstellen und können diese bearbeiten, um den perfekt sitzenden Skischu auf Ihren Fuß anzupassen. Im Anschluss daran wird der Schuh an den entsprechenden Stellen bearbeitet, geweitet, gepräst und individuell angepasst. Auch ein angepasstes Fußbett ist entscheidend für den Komfort beim Skifahren. Wenn auch Sie in Zukunft mit dem perfekt sitzenden Skischu fahren wollen, dann nutzen Sie unseren Service und besuchen oder kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns darauf, Sie passend beraten zu dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017